Hallo, hier ist der Lars von Rohenergie. Herzlich willkommen. Heute gibt es ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich den Dirk Müller, den Chefredakteur des neuen Vegans, also relativ neuen Vegans Vegan, für mich kennengelernt. Hier gibt es die aktuellsten beiden Ausgaben. Die letzte Ausgabe ist im Juli erschienen. Die nächste kommt am 18.11.2015. Und die haben auch noch im Handel ein Smoothiebuch, ein rein veganes Smoothiebuch. Auch sehr zu empfehlen, schöne Sachen drin. Und ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen, weil wir uns bei Freunden getroffen haben. Und er hat mir diese beiden Magazine mitgegeben. Die sind sehr, sehr schön. Könnt ihr mal online reingucken. Ich linke euch mal den Link zu dem Verlag und zur Facebook-Seite von denen. Und er hat mir ein Gewinnspiel vorgeschlagen, dass ich unter euch, meinen Zuschauern, unseren Zuschauern, 5 Jahresabos verlose. Das finde ich ein super Deal. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 30. September 2015. Also gar nicht mal so lange. Ihr schickt mir eine E-Mail an gewinnspiel.rohe-energie.com. Ich schreibe das auch nochmal in die Infobox von diesem Video. Und ihr schreibt mir den Titel dieses Magazins quasi in die Betreffzeile. Das ist quasi die Lösung. Und eure Adresse mit rein. Und dann kriegt ihr 5 Jahresabos. Die verlängern sich auch nicht automatisch. Und ja, dann habt ihr wirklich... Jeder kriegt also... Jeder unter 5 Leuten wird jeweils ein Abo verlost. Ich finde das Magazin sehr, sehr schön, weil es so eine gute Mischung ist aus Rezepten, Interviews und Informationsartikeln. Auch ein paar Witze sind sogar drin und Produktvorstellungen. Also ich finde es ziemlich geil. Sehr wertig. Kostet so 4,50 Euro im Handel. Finde ich gut. Und ich packe euch auch nochmal den Link zu MyKiosk rein. Da könnt ihr diesen Titel des Magazins, das heißt übrigens Vegan für mich, das Magazin, eingeben. Und könnt gucken, welche Zeitschriften lehnen bei euch in der Nähe, die vielleicht noch da haben. Das nächste Magazin erscheint aber am 18.11.2015. Habt da ein Auge drauf. Aber vielleicht gehört ihr auch zu den Gewinnern, die sich über ein Jahresabo freuen können. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, wie bei allen Gewinnspielen. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Und schickt mir einfach eine Mail. Die weiteren Infos findet ihr in der Infobox. Ja, und bis bald. Tschüss. Tschüss.